Sie plakatieren auf Ihrer ersten Plakatserie Ja zu 100% erneuerbarer Energie. Zu 100% erneuerbarer Energie, Ja zu, jetzt. Also da muss ja sozusagen ein Staccato an Forderungen auch mit einhergehen. Die habe ich bisher nicht gehört, die hätte ich eben jetzt so gerne ergründet, aber ein paar haben wir jetzt gehört auch. Wir müssen auch ein bisschen weiterkommen in den Themen, weil ich diese Plakatserie gerade ins Treffen führe, die Sie da, das war glaube ich so die erste jetzt in dieser Kampagne oder in diesem Wahlkampf, die Sie drucken und plakatieren haben lassen. Plakatieren nicht. Plakatieren noch nicht, aber drucken jedenfalls. Jedenfalls haben Sie es vorgestellt und da drauf sieht man... Social Media. Social Media, ja. Trotzdem habe ich es gesehen. Sehr gut. Man sieht da drauf verfremdete Gesichter der Parteichefs von SPÖ und ÖVP, verbrannte Gesichter und dann sind noch so kleine Wortwitze mit Ihrem Familiennamen drauf. Ist das so ein bisschen der pilzsche Populismus, den er immer gefordert hat? Das ist ein bisschen Spaß in der Politik. Da kann man natürlich darüber streiten, ob man das jetzt lustig findet oder nicht. Wie finden Sie es? Es ist notwendig, es ist leider notwendig, dass man manchmal zu ein bisschen Kecken und frechen Mitteln greift. Das war ja ganz spannend. Das ist jetzt ganz ein gutes Beispiel. Wir haben eine Woche, bevor die Ulrike Lunacek und die Christiane Brunner diesen Termin gehabt haben, mit der Präsentation von diesen Sujets, zugegebenermaßen gewagten Sujets, haben Georg Willi und ich eine PK gehabt in Wien zur Forderung nach Öffi-Tickets für alle Österreicherinnen und Österreicher, leistbare Mobilität als Beitrag zur Mobilitätswende. Es waren viele Journalisten da, das mediale Echo war wesentlich geringer als mit diesen sehr keckigen Plakaten. Es hat funktioniert. Ich frage deswegen, weil es hat schon einmal grüne Plakate gegeben mit einem Politiker einer anderen Partei, ein Innenminister, der damals, ich weiß nicht, ob da schon rechtskräftig oder wie auch immer, jedenfalls vor Gericht gestanden ist und auch verurteilt war, wegen Bestechlichkeit, früher Innenminister und EU-Abgeordneter. Und da haben Sie sich dagegen ausgesprochen, dass die Grünen so etwas machen, weil das nicht ihre Art von Politik ist. Und Sie haben auch gesagt, Sie gutieren das nicht und wollen nicht, dass Köpfe anderer Parteien plakatiert werden. Jetzt wird das gemacht, darum frage ich. Ja. Aber jetzt ist lustig. Wie gesagt, erstens ist das eine lustigere und witzigere Darstellung und zum Zweiten ist das, das Mittel hat funktioniert. Okay. Und das ist leider offensichtlich notwendig. Ja, ja, okay.